Hi, ich bin die Penelope. Ich bin schon seit 10 Tagen in Aktion. Ich war von Montag zu Dienstagabend in Polizei gewahrsam und war trotzdem heute früh wieder auf der Straße und habe mich angeklärt mit vielen weiteren jungen Menschen. Wieso tue ich mir das an? Warum tue ich mir das alles an, was mir tot der Rücken geht auch vom Polizei gewahrsam? Emotional mega schwierig und ich könnte auch eigentlich zuhause sein und meine Lieben für eine Katze streichen. Nee, aber es ist mir so wichtig, dass wir für unsere junge Generation endlich Klimapolitik machen, denn wo ist denn unser Klimakanzler Scholz geblieben? Denn wir wollen einfach nicht, dass die Regierung weiteres Nordseeöl in einen Nationalpark bohrt, sondern wir wollen, dass endlich kostenloser Nahverkehr dauerhaft geht und endlich ein Tempolimit. Und es gibt noch vieles weitere, was man machen könnte. Aber warum dürfen wir junge Menschen nicht für unsere Zukunft kämpfen und werden stattdessen ins Gefängnis gebracht? Das kann einfach nicht sein. Ich kenne so viele junge Leute, die auf die Straße gehen, viele über 20 und auch einige Frauen, die ich auf der Straße gesehen habe, wo ich mir echt dachte, fuck, haben sie viel Mut. Wo ist der Mut der Regierung für eine Politik, auch für die junge Generation?